heute machen wir ein kleines video touchofen pflege reinigung neu einbrennen dazu habe ich da unten schon was vorbereitet gehen wir zuerst einmal zu der pflege ja es gibt verschiedene arten an touchofen zu konservieren zum einen man kann einfach mit speiseöl einreiben eigentlich kein problem wenn man touchofen wirklich regelmäßig verwendet dann ist das eine günstige einfache gute möglichkeit dazu nehmen wir einfach zewa kühnpapier und reiben den ein bisschen mit öl ein das wäre die erste möglichkeit die zweite ist man nimmt entweder flammenspray ein anderes trennspray ist auch alles so auf ölbasis funktioniert auch hervorragend einsprühen und gutes das wäre die zweite möglichkeit dann die möglichkeit auf die ich jetzt umgestiegen bin ich habe mir jetzt die beziehungsweise mein schatz hat mir die bestellt die pflegepaste vom petromax und die hat den vorteil das wird nicht ranzig wenn man am touchofen länger stehen hat mit speiseöl fangen die dinge einfach zum müffeln an deswegen trenne ich heute auch noch einen touchofen neu ein sollte ich eigentlich mit einigen anderen machen weil früher habe ich nur mit speiseöl gearbeitet nicht so gut aber jetzt hier gut haben wir den pflege eigentlich schon fast abgeschlossen wir werden gleich noch einen touchofen einreiben damit den habe ich jetzt schon länger ein bisschen rumstehen gehabt aber kein problem einmal einreiben gutes und dazu gehen wir jetzt gleich mal hier runter also hier habe ich den touchofen den ich ja vor geraumer zeit verwendet hatte hier oben also deckel oberseite mache ich eigentlich so gut wie nie warum auch es kommen immer wieder kohlen drauf wenn ich hier mal so leichte roststellen habe einfach ein bisschen öl spray drauf und fertig das ist die oberseite dann nehmen wir küchenpapier reiben da einmal kurz drüber und dann hat sich das für mich mit der oberseite außenseite schon erledigt innen drin sieht es dann schon wieder ganz anders aus dann nehme ich hier hier sind mein pflege meine pflegepaste habe ich mir übrigens alles in so eine kleine tüte rein fahr da hier einmal leicht rein dass ihr ein bisschen drauf habe dann nehme ich das ding reib einmal den touchofen damit sauber aus dann ist das ganze soweit schon wieder fertig dass ich den touchofen auf die seite stellen kann ich nehme mir immer so um ja wieder ein küchenpapier rolle des zamm tut es hier rein dass einfach ein bisschen luft zirkulieren kann wie mache ich den touchofen sauber ganz einfach keine spülmittel oder sonstiges außer ich will komplett sauber machen reinigen neu einbrennen wenn der touchofen bloß leicht verschmutzt ist viele sagen du machst die ganze patina kaputt finde ich nicht ich habe hier einfach so ein edelstahl küchenschwämmchen wenn man vorsichtig arbeitet ist das gar kein problem kriegt man die reste gut raus habe ich dickere kruste drin oder so nehme ich das kettenhemd das stück tja welcher ritter hat da ein stück verloren keine ahnung und rubbel das damit raus damit kriegt man eigentlich die kompletten reste raus wie gesagt nur heißes wasser ausspülen einmal leicht ausreiben alles raus fertig ja damit wären wir eigentlich jetzt mit dem thema so gut auch schon wieder oder so gut wie auch schon wieder durch sollte jemand dazu fragen haben leute kommentarfunktion unten nutzen der wandert jetzt wieder ins regal der ist soweit fertig jetzt kommen wir gleich zu dem sound da drüben soja gusseiserne pfanne die liegt auch noch rum genau dasselbe spiel einmal einreiben mit der pflegepaste dann mache ich den stil immer noch mit und gutes fertig tja leute wenn man aber jetzt einen kandidaten hat der so verölt ist oder von haus aus nur mit öl verwendet wurde ich sag es euch das ding müffelt schon ganz gewaltig ja was macht man da entweder stellt man gleich direkt in die spülmaschine oder eben dann in dem falle mit spülmittel ich werde jetzt wahrscheinlich an spülmaschinenreiniger nehmen dann kippen heißes wasser und dann rausschrubben wie verrückt dass das ding hundertprozentig sauber wird also sprich ich zerstöre die komplette patina dann reibt man hier mit ein und dann wird neu eingebrannt soll ich jetzt zu dem topf noch was sagen nein da sage ich jetzt gar nichts mehr dazu das thema hat sich für mich erledigt ich werde jetzt komplett schrubben sauber machen wie gesagt vielleicht in die spülmaschine stellen das sage ich euch nachher dann und dann brennen wir neu ein ich mag jetzt vielleicht ein paar sachen vergessen haben aber wie gesagt kommentarfunktion fragen stellen einbrennen tun wir nachher auf der weberkugel man kann das ding auch auf dem gasgrill einbrennen oder auf dem keramikgrill hauptsache eine schöne hitzequelle man könnten auch rein theoretisch im backofen neu einbrennen aber da könnte es ärger mit der frau geben und ne brauche ich heute nicht also ich habe am liebsten die weberkugel nehmen wir die weberkugel so weit so gut ich gehe rein zu den topf schrubben und danach sehen wir uns hier wieder wenn man einreiben und die kohlen anfeuern so leute ich habe den topf jetzt im spülböcken heißes wasser spülmittel mit rein spülmaschinen reingekte auch noch mit dazu geschrubbt wer geisteskranker und naja was soll ich sagen ich habe ihn jetzt noch zusätzlich in die spülmaschine mit reingestellt die eingeschaltet und das dauert jetzt ein bisschen ja dann würde ich mal sagen bis wir uns dann wieder sehen hier wird es hier wahrscheinlich schon dämmern spülmaschine dauert halt aber ich will den richtig schön sauber haben und ja gibt es noch was dazu zu sagen ja wie gesagt im topf nur mit heißem wasser ausspülen hinterher tue ich die dachschöfen immer noch mit dem küchenkrepp trocken reiben auf zeitestellen kurz trocknen lassen und dann wenn man nicht zu faul ist wenn man es nicht vergisst danach dann wenn sie wirklich poren tief trocken sind noch einreiben ja das ist so meine pflege methode ja ok wenn spülmaschine fertig topf trocken sehen wir uns hier wieder fertig ja dann schauen wir mal nach wie sieht jetzt das zeug aus genau so schaut es aus machen wir mal ein großes licht an hier ja die patina ist weitgehend hinüber ich lasse jetzt ein bisschen abkühlen weil die spülmaschine war warm und danach spüle ich den noch mal mit klarem wasser aus lassen trocknen und dann geht es endgültig draußen weiter so freunde dann schauen wir uns genau an also ja ganz hundertprozentig ist die patina nicht mal nicht rausgegangen naja aber das soll uns soweit reichen das waren witzig mäßige überflüssige öl ist komplett weg ja hier sieht man es da wird ja nicht eingeölt im normal falle und ja jetzt nehmen wir wieder unsere pflegepaste oder pflege und einbrennpaste oder pflege und einbrennpaste das ganze wird in zwei stufen eingebrannt so mache ich es immer so habe ich es auch mit normalen öl gemacht in zwei stufen tja und was soll ich sagen die täpfe halten und halten und halten wichtig ist halt dass man sie wirklich sauber eingleistet den letzten wo ich eingebrannt habe auch mit dieser paste das war ich glaube meine k4 form die habe ich auch komplett sauber gemacht und komplett neu eingebrannt also ihr seht es ist auf alle fälle mit ein bisschen arbeit verbunden aber es lohnt sich definitiv tja besonders wenn die dinger eingeölt waren und jetzt müssen wir bloß noch warten bis die kohlen heiß sind dann können wir auf dem grill feuern hier im anzündkamin habe ich jetzt ja fast ausschließlich bambuco vom mcbriket und die verteile ich jetzt so im halbkreis dann hinten rum und vorne stellen wir dann den topf rein ziel ist es sind es in etwa ich würde mal sagen ja so um die 200 grad 250 grad wären ganz gut ja genau so hinten rum verteilt und boah leute ich sag's euch grund remmingen ist ein dreck dagegen und stellen den umgedreht hier rein den könnten wir jetzt normalerweise auch so rum rein stellen umgedreht macht man normalerweise eben damit wenn man es mit öl macht damit das öl komplett ablaufen kann aber wir haben ja die paste den deckel legt man jetzt hier auch so mit rein und dann schließen wir den deckel und lassen den topf jetzt so circa eine halbe stunde da drin vor sich hin kokeln und in einer halben stunde schau mal nach und dann werden wir wahrscheinlich kurz rausholen oder mit sicherheit kurz rausholen kurz abkühlen lassen noch mal ein kleistern und dann stellen wir noch mal darauf dann ist er fertig so leute ich habe ja vor zwei drei fünf minuten rein geguckt habe hinten den deckel wieder ganz leicht geöffnet thermometer steht ziemlich genau auf 200 grad ich hätte gern ein bisschen mehr da drin und eine halbe stunde würde ich mal behaupten ist definitiv zu wenig es wird schon schön schwarz aber noch ziemlich glänzig also legen wir noch eine viertel halbe stunde noch mal drauf hinten lassen wir offen wieder also bloß so ein spalt eben dass ein bisschen die luft besser durchziehen kann dass er noch ein bisschen mehr hochheizt ja und dann gucken wir nachher einfach nochmal nach der geöffnete deckel zeigt wirkung wir sind jetzt schon fast auf 225 grad so leute die paar grad mehr jetzt haben wunder gewirkt das war jetzt circa eine dreiviertel stunde das soll uns für die erste runde reichen weil die zweite runde geht dann eh wesentlich länger so also ich werde hier jetzt noch ein paar von den heiß 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 atomstäben dazulegen und die schön anglühen lassen aber wir gehen jetzt dann rüber zum topf also noch ist er warm den lassen wir jetzt abkühlen so dass ich ihn nachher nochmal einreiben kann man sieht hier schon wie sich die patina bildet und ja wie gesagt wir sehen uns dann wieder wenn ich ihn nochmal einreibe kohlen habe ich drüben schon drauf und ja abkühlen lassen so leute heiß ist das ding immer noch aber nicht mehr so heiß dass ich ja nicht einschmieren könnte jetzt nehmen wir uns nochmal was von dem guten zeug ich glaube ich ziehe mir lieber noch den Handschuh nebenbei an weil so heiß ist es dann doch wieder und dann schmieren wir das ganze einfach nochmal ein und das schöne ist jetzt nämlich wenn er schön warm ist verläuft es auch richtig geil wie man sieht und man kann den topf nochmal zu 100% einkleistern hello oh patricia hoffentlich hat man dich jetzt wenigstens auch gesehen das ist weil wir jetzt 14.000 man sieht dich nicht das ist soll ich meinen Kopf da rein warte mal jetzt kannst du deinen Kopf da drunter legen das ist weil wir noch ein bisschen näher noch ein bisschen jetzt das ist weil wir 14.000 Abonnenten haben das ist ein Vogel also auf der Rückseite sieht man auch schon dass sich ein bisschen Patina gebildet hat und ihr seht es wenn der Topf noch warm ist kommt man richtig sparsam mit dem Zeug aus war ja ja aber es ist sehr sparsam und sehr langlebig oder äh sehr ergiebig ein bisschen dass wir hier gleich einmal wieder gute Schicht drauf kriegen und dasselbe natürlich wieder mit dem Deckel dann können wir den ganzen Topf nämlich gleich wieder auf den Grill wuchten und dann kann ich nämlich nachdem ich den auf den Grill gewuchtet habe das Video auch schon wieder beenden für heute wieso weshalb warum sage ich euch gleich ja legen wir das ganze wieder auf den Grill wie ich es gesagt habe hinten habe ich noch ein paar ja Kohlen drauf jetzt legen wir den hier wieder drauf den Deckel mit dazu und dann wünsche ich dem Teil eine schöne gute Nacht ja ich lasse den Topf jetzt einfach über Nacht auf dem Grill die ganze Nacht einfach drauf liegen lassen volle Pulle offen und das fertige Ergebnis die werdet ihr dann im nächsten Topf Video sehen das werde ich nächste Woche machen was guckst du da jetzt naja was wir da drin machen weiß ich noch nicht schmeißen wir mein Stativ nicht um ich du bist schon aus dem Bild draußen keine Panik ja also ich werde nächste Woche ein schönes Topf Video machen mit dem Topf weil danach ist für mich persönlich die Einbrennerei erst wirklich erledigt wenn man das erste Gericht drin gemacht hat ja in diesem Sinne Leute wir sehen uns und das nächste Video von mir wird ein Greg Junkie unterwegs sein ja also wir sehen uns Tschaujkowski